Hallo Leute und willkommen zu Teil 18 oder 19, ich weiß es gerade nicht genau, von Penumbra Overture und wir stehen jetzt hier vorm Lake Utukwak und guck mal, äh, da ist nämlich die Tür nicht verschlossen, genau, da ist nämlich der einzige Ort, wo, äh, wo die Tür nicht verschlossen ist und ich mach mal Licht an, und wir gucken mal, was ist hier, oh, er hat uns gesehen. Wir sind tot. Nicht, wenn ich schneller bin. So. So weit folgen die nicht, oder? Ja, ich nehm trotzdem mal lieber prophylaktisch das, äh, fast mit. Ich hasse diese Dinger, aber das brauch ich ja nicht zu sagen. So, wo geht's jetzt weiter? Och, wirf. Lauf einfach. Gut, dass sie, äh, Demenz haben, die Hunde. Das Ding kann man doch auch werfen, oder? Guck, er ist weg. Ja. Lauf einfach mal weglaufen. Wie war das fast? So. Ähm, okay, hier geht's lang. Weiter, da war ein Schild. Nur die blöden Hunde. Oh, ich mag die nicht. Geht's hier weiter? Rein da, rein da, rein da. Yes. Yes, sehr schön. Das ist ein unterirdischer Fluss bestimmt. Bestimmt. Och, ne. Bestimmt gibt's jetzt hier wieder... Spiders. Erstmal gibt's hier Fässer. Oha. Oha. Haupt zu. Geht nicht. Was geht denn hier ab? Ei, ei, ei. Das sieht ja mal zur Abwechslung interessant aus. Ach, hier guck, das ist die zugefrorene Oberfläche, siehst du sie? Du kannst das nicht. Wovon er gesprochen hat, oder was? Ja. Okay. Er hat doch gesagt, er ist da fast eingebrochen. Und wenn wir da so drauf gehen, brechen wir sich ja auch ein. Erstmal speichern. Ja. So. Bla, bla. Haben wir hier irgendwas? Ein alter Verschlag. Okay. Haben wir hier irgendwas? Da liegen Bretter auf dem... Da liegen überall Bretters, aber da kommen wir ja nicht dran. Der Schnee knirscht unter unseren Füßen. Und dann labert wieder mehr. Ich kann einfach mal... Auch wenn es nicht... Es ist recht stabil aussieht. Ich werde mich sicher nicht auf Eis begeben. Okay. Haben wir denn hier irgendwo was? Ne. Ich dachte jetzt, wir könnten hier irgendwelche Bretter aus dem Verschlag rausholen oder so. Meinst du, das geht? Jo. Ja. Und auf diesen beiden Brettern können wir vielleicht darüber schlittern. Yes. Aber guck erstmal, wo wir überhaupt hin müssen. Wo müssen wir denn hin? Ja. Guck doch mal. Da hinten vielleicht? Zu diesem... Stimmt, da, ne? Guck, die sinken langsam ein. Musst dich beeilen. Okay. Yes. Du musst schon die Bretter treffen. Ja, ist voll schwer. Wir müssen immer wieder den Verschlag kaputt haben. Können wir jetzt nicht nochmal speichern? Ne, es geht nur einmal, oder? Ja, und auch nicht, wenn du... Oh, ich habe nur eins kaputt gemacht. So, und jetzt schnell und präzise. Ja. Schnell, 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 schnell. Bisschen Zeit wird uns eingeräumt hier. Ei, ei, ei. Junge. Beeilig. Das geht nicht. Ja, toll. Du musst auf das andere Brett zurück. Du kannst nicht. Der Stress. Dieser Unend... Nicht da hin. Warum nicht? Du läufst doch im Kreis. Du musst gucken, wo du hin musst. Wo das Ziel ist. Du legst da die Bretter, läufst im Kreis. Möchtest du was mal machen? Ich traue mir das gar nicht zu. Och. Meinst du hier so einfach mit drüber greifen? Ja, du kannst doch. Hier das bisschen rüber holen, hier. Und ich... Och, Mikrofon im Weg. Ich sehe überhaupt nichts. Boah, ist die Maus langsam. Wollen wir den Hammer? Ja, dann machst du dir schneller, wenn du möchtest. Hammer ist auf eins. Brauchen wir nicht. Also, die Maus ist echt langsam. Da kann ich nicht mit arbeiten. Ja, machst du dir schneller. Ich finde das in Ordnung so. Steuerung. Wie mache ich die denn? So. Okay. Ist immer noch voll langsam, naja. Boah. Ja, viel schneller geht auch nicht mehr, ne? Da müssen wir hin. Ist das ein Spaß? Dieses Knacken macht einen auch wahnsinnig ein bisschen. Ja. Hey, wie man das anklickt und das immer nicht mitkommt. Ja. Aber... So. Yes. Einfach so eingelogen. Einfach so, bricht's mal ein. Ha. Ey, die sind doch besoffen. Wie schwer soll... Wie... Boah. Sonst versuch doch mal so, das da so Leiter links zu machen, dass wir erstmal zu dem Hügel da kommen. Hm? Ein bisschen auf dem Eis laufen kann man. Oder was? Scheint so. Pass auf. Schnell weiter. Vielleicht ist auch hüpfen geil. Weiß ich nicht. So, erstmal rüber. So. Komm mit, Brett. Erstmal da hoch. Und rauf da. Und jetzt bist du ja erstmal sicher, oder? Hier ist ja so ein Hügel. Okay. Da ist irgendwas. Ja, da steckt irgendwas im Eis. So, bevor wir's mal angehen. Komm, 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 komm. Oh Gott. Vielleicht erstmal zu dem anderen Hügel vorarbeiten? Das ist ja ein Rückweg. Ich würde jetzt direkt rüber. Richte jetzt mal ein. Dann müssen wir ganz von vorne. Ja. Weiß nicht, laufe ich halt zickzack, wenn ich über den anderen Hügel jetzt erst gehe. Ja, aber dann bist du sicher. So ist es, hast du eine weitere Strecke übers Eis. Okay, mach wie du meinst. Vielleicht ist Hüpfen auch scheiße. Hüpfen ist endgeil. So. Okay, sieht gut aus. Guck, der hat was in der Hand da. Ja, der ist auch so geendet wie wir gleich. Und weiter. Und erst mal rüber, würde ich sagen. Bevor du jetzt irgendwas machst. Spring einfach. Sehr gut. So, hier sind wir erstmal. Ich glaube hier so am Anfang kann man auch drauf gehen. Vielleicht, würde ich mich aber nicht drauf verlassen. Können wir das absägen. Okay. Lecker. Und der hat gespeichert jetzt? Wir brauchen die Hand. Nee, ich glaube nicht. Warte, hier ein Brecheisen. Okay. Na und jetzt der ganze Spaß nochmal zurück, ey. Ist das geil. Ja, aber immerhin hat er jetzt erstmal gespeichert. Meinst du, der hat gespeichert? Ja. Alter, sonst will ich einen Vogel kriegen. Aber trotzdem versuchen es zu schaffen am besten, weil ich bin mir nicht ganz sicher. Machst du jedenfalls sehr gut. Profi. Hallo? Ja, ein bisschen Buggy zwischendurch mal. So. Bretter, so könnten sie ein bisschen größer machen. Ja, ne? Yay. Aber solange das nicht knirscht, ist es nicht gefährlich. Ich glaube, wenn es knirscht, steht man nicht richtig drauf oder so. Leicht. So. Und rüber da. Und hier rüber. Ein bisschen Schnee naschen. Ja, zu trinken gibt es hier. Und Bretto. Wofür brauchten wir die Brechstange nochmal? Irgendwo eine... Die Tür klemmt doch. Ach ja. Die vom... Klemmt doch alle die Türen. Die vom chemischen Raum da. Da sehr schön. Gut gemacht. So. So. Und fertig. Yes. Yes. Kannst du jetzt nochmal sprechern? Krabbel, krabbel, krabbel. Löschen, löschen, löschen. Löschen, löschen, löschen. Ja. Oh, laber mich nicht an und voll und... Hallo. Oh, Mann. So. ja und wieder weg und jetzt arbeiten wir uns mal vor zum chemical storage oder wie das hieß nehmen lieber ein fass erstmal hier gucken ich habe kurz durch links oben ja gibt es zweimal irgendwie schon alter und wir sind hier voll weit weg ja ja ich nehme nichts mit ich renne einfach ich hab auch keine zeit hier zu gucken wenn du da wenn deutsch da wenn du irgendeine orientierung hast dort stauern das wird gut da geht es weiter das und dort schütt um weiter 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 und durch 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 doch da konnte ich es einfach durchgehen ich weiß gar nicht ich dachte wir brauchten die dacht ich auch den das brecheisen egal egal sie gut aus break together ok ich muss die türen versiegeln ja scheiße ok alles klar du musst erst die tür irgendwie barrikadieren hier ok also er lädt wieder hier das heißt wir müssen hier weiter spielen ok irgendwie über den see drüber würde ich sagen über den see drüber aha also der ist auf der bewohnt auch immer zu mir hin der wurm zu dir hin genau also müssen über den über die schlucht drüber damit er da rein fällt ja das ist irgendwie so ein Säuresee oder sowas glaube ich das hat zumindest so aus da war ein Knopf ja egal erst mal drüber da sind Bretters ah der kriegt einen oder du musst den Knopf drücken drück den Knopf ich drück mal den Knopf ja ist ja gut der Kackwurst ist hunting juhu ne vielleicht reicht das ja schon ja so kommst du da nicht über meinst der Knopf drück und reicht vielleicht geht die Tür zu probier es einfach ja die geht auch zu probier es einfach und warte mal ja zack Tür zu wobei ich nicht weiß ob das irgendwie zeitgesteuert ist oder so ich warte einfach mal ja der kommt doch durch da gleich sicher ja sieht so aus ne Tür wird zumindest immer weiter eingebeult also habe ich dann Zeit um über den see zu kommen ja ach du kacke ach sowas da stehe ich ja drauf ne Zeit ist immer auf Druck ja such dich mal so ein bisschen weiter nach hier ja versuche ich so und weiter genau am besten rüberspringen oh die Dinger sind auch noch so schwer also du musst auf jeden Fall mitspringen ach echt muss ich springen ja bist du ja eben nicht doch nein doch auf jeden Fall ja schau ich das das sind Bretters geh doch auf die Bretters und nochmal zumachen und jetzt kaputt hauen oh wo hab ich denn was eins eins da hab ich den Hammer der hat doch keinen Wumms nochmal weiter 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 sprinten am besten und weiter oh Gottchen wie steck ich den Kack weg eins wie geht das so aber nicht krass wie schnell wie soll ich das denn schaffen soll ich mal versuchen ich hab die Knöpfe besser im Kopf das ist auch total latte wie schnell man insgesamt braucht weil der irgendwie immer zurückgesetzt wird dann also wenn ich dies jetzt besonders schnell schaffe ist das egal ne du hast dann ja hier mehr Zeit stimmt ja nicht vielleicht kannst du auf einmal springen und egal genau und auf auf drehen auf drehen auf drehen wie dreh ich das dauert zu lang schreibt er ja was soll ich denn machen dauert zu lang aber du musst das ja machen ach jetzt sagst du mal da war zu lang ja natürlich dauert das zu lang hm ich hasse diesen Hammer da war mir geht mir geht das dauert aber wirklich zu lange wie soll man das denn schaffen das geht nicht das geht auf gar keinen fall so also drehen nicht versuch mal die tür dann irgendwie mit irgendwas versucht darauf zu hauen oder das rechnen vielleicht oder meins mit dem mit dem kuhfuß oder was weiß ich nicht irgendwas vielleicht mit der hand irgendwas immerhin habe ich jetzt raus wie das geht mit dem hammer okay nein versuch mal die hand oder irgendwas kann man die tür nicht öffnen irgendwas hinter eins kann man diesen balken einhauen da nicht den nicht den ich hinter dir den okay nächstes mal wie er sich immer wieder um guckt noch nach hinten ja man muss immer ein bisschen warten ist ja ausgesprungen ist damit das geht mit dem hauen bekannt oder so durch jetzt jetzt habe ich zeit mein verstand kann sich die heldenhaften leistungen kaum vorstellen die du jetzt vollbringen musst um den alten red zu retten ich bin jetzt ganz nahe und wartet darauf dass du die mauern meines verließ es sprengst und so drehen des irdischen befreist ist das spaßig an dem rad zu drehen ich habe da gar keine worte für viel spaß das macht du kannst auch drehen also muss nicht immer umgreifen ja ich kann jetzt auch hier durch so ja ich würde sagen folge zu ende wir machen hier weiter in der nächsten folge schon ziemlich lang geworden jetzt und äh ja viel spaß nein ich mein Bis bald. Bis bald, meinte ich. Tschüss. Tschüss.